Und ein Moinzen zum Vorbericht, zum Talk-Vorbericht, es sind ja zwei verschiedene Geschichten hier, zum Spiel gegen Augsburg. Samstagmittag, VfB gegen FCA und ich habe einen Gast am Start, Dennis1907, kann sich gerne mal vorstellen, ich fand die Frage von dir, wir haben auch ein Video bei dir auf dem Kanal gemacht, sehr gerne abchecken, den Kollegen. Ich fand die Frage ganz schön, natürlich gerne mitbeantworten, wie bist du zum FCA gekommen und wie bist du dazu gekommen, YouTube zu machen? Genau, Servus erstmal miteinander nach Stuttgart zum Schwaben-Derby. Ja, ich freue mich auf jeden Fall erstmal sehr auf das Spiel. Genau, zu YouTube erstmal habe ich vor drei, vier Monaten mit dem ganzen FCA-Content angefangen. Ich habe schon ein bisschen Gaming-Content, so ähnlich wie du ja, gemacht, aber das auch wirklich dann zwei, drei Jahre gar nicht mehr. Und jetzt, ja, vor drei, vier Monaten angefangen, das hat sehr gut einen Anklang gefunden in Augsburg. Na, die Leute freuen sich einfach, dass da jetzt auch von der Fan-Seite viel gemacht wird. Ich mache es wirklich ähnlich wie du, mit Analysen, Prognosen etc. Das jetzt mal so zum Kanal selber. Und ansonsten zum FCA selber bin ich gekommen. Ja, ich lebe mein ganzes Leben in Augsburg. Ich habe neben dem Rosenau-Stadion damals gewohnt. Das waren so fünf Minuten zu Fuß, so zehn Minuten. Und als kleines Kind dann im Alter von zehn, elf Jahren dann zum ersten Mal ins Stadion gegangen. Und da konntest du umsonst rein, bis 14 Jahre. Und da waren wir noch in der Bayern-Liga, da muss man halt auch mal überlegen. Also ich kenne den Verein schon wirklich auch, wo wir im Niemandsland waren und haben uns jetzt hochgekämpft, Stück für Stück. Glück sind wir schon seit elf, zwölf Jahren da oben. Viele der neuen Generation der Jugendlichen kennen uns ja teilweise nur als Erstliges schon. Aber das war nicht die Norm. Ich kenne auch andere Zeiten bei uns. Und genau, dementsprechend auch einfach das Glück. Dann haben wir es nur Stadion gehabt. Und zufällig bin ich dann auch umgezogen und genau wieder in die Nähe des Stadions. Also wie Schicksal so ein bisschen. Ich hatte auch Bayern-Sympathie damals, weil im Niemandsland kannst du als Jugendlicher nur Bayern so ein bisschen bei uns in Augsburg. Und dementsprechend, jetzt immer mit dem mehr und mehr mit dem Alltag, bist du natürlich immer mehr nach Augsburg gegangen, weil du einfach Augsburger selber bist. Genau. Ja, den ganzen Weg mitgemacht. Das ist auch sehr, sehr stark. Augsburg für mich auch irgendwie, weil es eine einfache Auswärtsfahrt ist, das ist, glaube ich, das Stadion, wo ich mit am meisten war. Ich war bei, ich glaube auch in Frankfurt war ich, glaube ich, viermal, in München viermal und Augsburg jetzt auch mittlerweile viermal. Einzig war dabei wenigstens. Zweite Geklatschen waren auch dabei, Heiter 6 zu 0 und 4 zu 1. Und so sehen wir auch den FC Augsburg. Ich habe dir auf dem Kanal ein bisschen gesagt, gefühlt unabsteigbar. Da durfte ich sagen, wie ich den FC Augsburg sehe. Hier darfst du mal sagen, wo pendelst du den FC Augsburg in der Bundesliga ein? Und jetzt? Wie groß seid ihr als Bundesliga-Verein? Ja, es ist jetzt einfach so, wir sind erst mal dankbar, dass wir die Klasse halten. Wir haben aber selber auch schon gesehen, dass wir eine gewisse Qualität haben, gegen den Abstieg zu spielen. Es ist schon verwunderlich. Wir haben uns in den letzten Jahren echt nicht mit Ruhm beklemmert. Daher kommt auch bis jetzt dieses, wie sagt man, unglückliche Image, wo schon sich in der Liga ein bisschen verbreitet. Vielleicht weniger im Schwabenland. Aber viele sagen, ey, die sollen mal runter. Das kann doch nicht sein. Die spielen eigentlich gar nicht so schön Fußball. Es war immer auf 13 bis 12, 14 unterwegs, aber schaffen es jedes Mal. Ja, das ist halt dieses Ding. Jetzt wird es gerade noch mal stärker, also verstärkt. Wir sind eine absolute Kampftruppe. Also über Mentalität, Leidenschaft spielen wir vom ersten Spieltag an. Und das haben wir jetzt seit dem Hertha-Spiel, haben wir eine Systemumstellung gemacht. Seitdem läuft das bei uns wirklich enorm gut. Mann gegen Mann presse über das ganze Feld. Also wir ziehen das radikal durch. Teilweise geht unser linker Verteidiger bis vor zum Stürmer, wenn der sich fallen lässt. Oder wenn Silas rechts außen spielt. Zum Beispiel geht der Iago. Also er wird nicht spielen, aber jetzt würde er machen. Links wird wahrscheinlich dann vielleicht sogar ein Zehntner spielen. Oder Petersen. Der läuft dann wirklich mit hinten bis zur Abwehr. Das ist so ein neues System, wo wir spielen. Also nochmal ekliger im Mann gegen Mann gegen den Ball. Und das können wir. Und das sind wir. Das ist momentan einfach unsere Identität. Die wird auch immer bleiben. Auch wenn wir besser am Ball werden müssen, daran werden wir langfristig arbeiten. Und das ist so ein bisschen der Grund, glaube ich, der Key-Faktor, warum wir immer es schaffen, drin zu bleiben. Weil wir immer dann Big Points holen und über diesen Kampf, ja über die ganze Saison spielen und nicht mehr erst am Ende. Selbst wenn wir im Abstiegskampf sind, die letzten fünf, sechs Spiele. Wir spielen eh mental ab dem ersten Spieltag erstmal gegen den Abstieg. Und das kriegen wir hin und dann viele Teams sehr überraschend reinrutschen. Dann halt weniger oder tun sich schwerer, da noch die Kurve zu kriegen. Ja, da muss ich auch sagen, habe ich mich auch schon das eine oder andere Mal erwischt, wie ich mich einfach jetzt gar nicht auf Augsburg gezogen, aber einfach auf so die Tabelle bezogen über Augsburg aufgeregt habe, dass die eigentlich jedes Jahr mit runtergetippt werden. Jedes Jahr heißt es, vielleicht erwischt jetzt mal Augsburg, aber es passiert halt nicht. Es steigt halt nicht ab. Ich habe es mal vorhin kurz rausgeschrieben. Er hatte davor, der Saison 15, 16, diese ein, zwei Jahre, ich glaube sogar mit Platz 8 und Platz 5 und sowas, diese verrückten Weinzell-Europa-League-Jahre. Und danach war es halt wirklich 12, 13, 12, 15, 15, 13, 14. Da denkst du halt echt, meine Güte, können die nicht auch endlich mal den Weg ganz runter machen? Können die uns irgendwie nicht helfen im Abstiegskampf mal den einen Klub machen, der unter einem ist? Aber das passiert halt überhaupt nicht. Dieses Jahr, mittlerweile auf Platz 12 aktuell. Und bevor wir dazu kommen, auch so etwas Spannendes bei euch ist, in was für einer, oder finde ich zumindest, in was für einer Regelmäßigkeit ihr diese Top-Team schlagt? Dieses Jahr die Bayern geschlagen, Dortmund kriegt öfter mal eine drauf, wenn sie zu euch kommen. Woher kommt es, dass ihr da immer wieder die Großen nervt und vielleicht auch gerade über solche Spiele diese entscheidenden Punkte holt da unten? Es ist tatsächlich genau das, was ich gesagt habe. Viele nehmen dann vielleicht auch das so, jetzt fahren wir nach Augsburg und gewinnen das Ding. Das ist einfach so. Obwohl die gewarnt sind, dass es schwer wird, hast vielleicht nicht diese 100 Prozent im Kopf. Da holst du halt was mit. Und man muss auch ganz klar sagen, Leipzig schlägst, wir haben 3-0 geführt ohne die rote Karte, die komplett dämlich war. 100 Prozent mit 4-1 dann am Ende. Aber, die ist passiert und dann sind wir halt auch zusammengebrochen. Da sieht man auch schon, die größte Qualität ist es nicht. Das ist einfach dieses, wenn elf Mann auf dem Platz steht, jeder opfert sich da so auf. Für mich als Augsburg-Fan ist das die geilste Saison seit lang. Du hast ja gerade die Position der letzten Jahre gesagt. Mit dem neuen Trainer, diese neue Art, die nochmal, wir haben viel zu viele gelbe Karten, aber wir müssen auch an so einem Image arbeiten. Wir sind momentan so ein bisschen, wir werden also abgestempelt als Tuppe, die halt nur tretet. Aber nur mit Treten holst du ja keine Punkte und führst auch nicht 3-0 gegen Leipzig. Wir sind eine sehr kampfbetonte Mannschaft, was bei uns ein bisschen weg muss. Dieses Gemeckere und Diskutiere, weil wir halt sehr über Mann gegen Mann kommen, kommt man immer in Nicklichkeiten und Situationen und dann wird immer gemeckert. Das ist ein bisschen zu viel. Da werden wir auch dann arbeiten. Aber wir sind gerade diese Mannschaft, wo wirklich es schafft. Es ist ultra heftig und es macht einem Fan ja Spaß, straight forward als eigener Fan zu sehen. Du gehst ins Stadion und siehst, die Jungs reißen sich so den Arsch auf. Die spielen einfach um ihr Leben, auch wenn man dann 5-2 gegen Bayern verliert. Das war ein 5-0 Gänsehaut-Moment, Standing Ovation vom ganzen Stadion bekommen. Wir haben 2-5. Und das sind Gänsehaut-Momente, wo die gewinnen gerade wieder auf das Publikum zurück, weil die jetzt sehen, hey, das ist so eine Art, wie man den Gegner ärgert. Das ist neu. Unsere alte Mentalität ist immer noch da. Aber schon auch ein bisschen, wenn man das so weitermacht mit Ambitionen nach oben, weil du nahezu jeden Gegner wieder neutralisierst und schlagen kannst. Also wir schaffen es nahezu jedes Spiel, den Gegner auf ein Spiel, also der Gegner lässt sich aufs Spiel ein, das dann 50-50 er wird. Und das ist halt gegen uns brandgefährlich für die Top-Teams. Ich glaube, daher kommen dann diese Punkte gegen uns, wo sie dann liegen lassen. Die werden dann verunsichert sehen, jetzt führen die 1-0, jetzt 2-0. Oder man kommt die erst 45 Minuten in gar keinen Zweikampf. Die schneiden so ein bisschen Schneidabkaufen. Dann diskutieren die noch rum. Das wird dann so eklig. Und der Gegner lässt sich ja dann drauf ein. Im Vergleich mit dem Standfußball, wo wir jetzt spielen, mit dem Mini-Atletico. Sehr speziell, sehr eigen und ultra eklig. Nur, dass du halt gegen uns immer denkst, du musst gewinnen. Und dann ist man überrascht, wenn es dann irgendwie doch nicht klappt. Ich verstehe auch jeden, der dann sagt, jetzt kommt Augsburg, die musst du schlagen. Und gerade für uns ist dann der Stolz. Wir sind ganz genau, wenn sie sich da vielleicht nicht zu viel freuen. Weil wir wissen ja, was die Jungs mittlerweile können. Und dieses Jahr sind wir wirklich einen Ticken besser und gefährlicher. Ja, das ist schon brutal stark und eben auch wichtig für da unten. Und so musst du halt auch spielen. Also im Abstiegskampf kannst du nicht schön spielen, spielst eklig. Das bringt nichts. Das schafft ja wirklich immer wieder aufs Neue, gerade gegen die Top-Klubs auch. Also im positivsten Sinne, eben die Klubs auf euer Niveau runterzuziehen und da halt zu bespielen. Fertig ist. Genau. Und das funktioniert halt. Auch die wichtigen Punkte wurden gut. Auch in Bremen habt ihr gewonnen, habe ich gesehen. In Leverkusen, wo jetzt der Start ja auch nicht gut war. Fertig gewonnen, auf Schalke gewonnen, war natürlich auch brutal wichtig. Aber so ein bisschen noch zum Vorsäsonstart quasi. Bei Enrico Maaßen war ja schon so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt mehr oder minder. Es war ja, glaube ich, Jugendcoach in Dortmund. Wie habt ihr darauf reagiert, dass ihr den geholt habt, nachdem dann dieses auch ein bisschen medial unschöne Ende da von Weinsil war? Ja, ich beziehe mich jetzt mal auf Enno. Also der Empfang von Enno war sehr euphorisch in der Stadt, weil er steht eigentlich für Fußball, der attraktiv ist. Wir wollten ja in Augsburg gerade dann arbeiten, dass wir auch langsam, weil es wird auch Jahre dauern, anders wahrgenommen werden, nicht nur als eine Kampftruppe, sondern auch eine Truppe, die wirklich auch mal ansehlich im Fußball spielt. Das hat ja Freiburg jetzt auch Stück für Stück geschafft, auch Union. Aber die spielen jetzt nicht schön, das muss man auch nicht schön reden. Union spielt auch ultra eklig. Die werden halt gefeiert, weil es jetzt so schnell und dynamisch ging und effektiv und so schnell auch. Und das ist auch sensationell, das ist ja nicht normal. Da wollen wir jetzt auch so langsam Step for a Schritt machen und dafür hat man Enno geholt. Ein Trainer, der wirklich für guten Fußball eigentlich steht und für Mann gegen Mann Pressing übers Feld. Was er jetzt geschafft hat, dass Pressing läuft. Was er nicht schafft mit diesem Kader, ist der Ballbesitzfußball. Liegt jetzt aber auch viel daran, dass bei uns die marktwertvollsten Spiele halt alle ausgefallen sind. Über die ganze Saison kommen jetzt langsam alle wieder zurück, muss man überlegen. Bei uns fehlen Oxford, Udukai und Dorsch. Das sind die drei teuersten Spiele des Kaderes das ganze Jahr. Udukai hat nur ein, zwei Spiele gemacht am Anfang oder drei, ich weiß jetzt nicht. Aber es fehlen halt alle. Und was die Mannschaft dafür leistet, das ist einfach der Wahnsinn. Und das muss ja auch jedem jetzt klar sein, die kommen jetzt gerade zurück. Ich war gestern mal im Training, Oxford und Udukai waren beide im Training. Das sind zwei wirklich gestandene Spieler. Also jung, talentiert, beide über 10 Millionen Mark, wird auch völlig berechtigt, werden auch gerade erwachsen. Da kriegst du ein ganz anderes Standing nochmal. Das ist dann nochmal eine brutale Qualität. Zu Dorsch muss ich glaube nicht viel sagen. Das ist ein sehr spannender Spieler, wenn der jetzt nochmal gesund bleibt. Das ist also dieses ganz verwunderliche. Also diese Truppe, die lebt einfach. Also so kann man es beschreiben. Sie lebt von dem, was sie gerade spielt. Sie steigern sich gegenseitig. Sie haben ein unglaublich enges Verhältnis untereinander. Berisha und Demirovic, die effektiven Stürmer, sind Best Friends. Das ist auch, es stimmt einfach viel. Und der Eno hat auch einen unglaublichen Charme. Ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal getroffen. Sehr empathischer Mensch, eine tolle Ausstrahlung, sehr ruhig, sehr sachlich. Es passt. Er passt und ich glaube, er kann auch echt ein richtig, richtig guter, großer Trainer werden. Er ist jetzt seine erste Station. Das Schöne, was er gesagt hat, er möchte eigentlich, er sieht sich nicht als ein Trainer, der schnell wechselt, wenn ein gutes Angebot kommen würde. Sondern er möchte schon lange was aufbauen, auch in dem Team. Er wird, aber ich traue ihm wirklich sehr viel zu. Er hat wirklich, er hat was. Er hat das gewisse etwas. So kommt es auch rüber. Sonst spielt man auch nicht solche Halbzeiten wie gegen Leipzig, das 3 zu 0. Dorsch damals war auch ein Transfer, den die, also auch da wieder, ohne Augsburg was Böses zu wollen, aber wo die wenigsten mit gerechnet haben, dass er jetzt wirklich zu Augsburg geht. Weil da war ja eigentlich auch noch ein höheres Regal möglich nach der U21-EM, war es glaube ich. Und er hat natürlich auch einen richtig starken Fang gemacht mit dem. Und wo du es schon angesprochen hast, dass sie zurückkommen, wie sieht es bei euch mit dem Kader aus? Gibt es da irgendwie schlimme Ausfälle noch oder passt das erstmal? Es gibt einige Ausfälle, die schlimm sind, aber damit haben wir halt zu leben gelernt einfach. Es fehlen Oxford, Udukay werden weiterhin nicht spielen. Iago, wegen dieser wirklich, man kann es nicht anders sagen, wirklich blöden gelb-roten Kader, wo uns das Spiel gekostet hat. Und Iago ist schon eine Konstante, wie bei euch Sosa, nur Sosa hat noch mehr offensiv sein, aber Iago ist schon auch bei uns ähnlichen Wert wie für euch Sosa, weil es sehr konstant ist. Bitterer Ausfall, rechts Gummi, also linker und rechter Stammverteidiger fehlen beide. Gummi fehlt rechts auch verletzt. Also Mittelfeld fehlt Dorsch, da ist der Anne-Meyer jetzt aber zurück, da hat man zumindest einen Plan B. Gueso war nicht im Training, der die letzte Spiel eigentlich gespielt hat. Ob er gegen euch fit wird, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er sich schwer verletzt hat, ich weiß jetzt nichts. Aber ihr seht schon, das sind viele Sachen vorne wiederum, kommt jetzt langsam, weiß ich, zurück. Berisha ist wirklich wieder da, fühlt sich gut. Demirovic wird spielen können, Niederlechner wird spielen können, Vargas kann spielen, Jensen kommt zurück. Also da haben wir wieder, hinten ist es schon, also in der Breite fehlt uns schon einiges. Aber wie wir das kompensieren zur Zeit, muss es auch wirklich keine Angst und Bange sein jetzt gegen euch. Wir haben schon Chancen. Ja, und was die Außenverträge angeht, können wir da vielleicht ein bisschen hoffen, dass da sich ein paar Möglichkeiten ergeben, eben dadurch, dass da ein bisschen Ersatz spielen muss. Interessant, ja auch Crueso, Ex-Vorfbäder. Ja, der hat sich die letzten Wochen echt gut gemacht, so seit der Vierer-Kett-Umstellung, seitdem wir unsere Spielidee halt verändert haben mit mehr langen Bälle und gegen den Ball wieder spielen und so, was wir halt können. Das ist top gespielt. Ich denke aber, dass er jetzt nicht verletzt ist. Es kann gut sein, dass er spielt, aber die haben, also Rechtsbächer und Crueso haben auf der Sechs echt durchgespielt die letzten Wochen. Kann gut sein, dass ein Arne Maier auch mal reinrutscht, weil das ja auch ein toller Kicker ist. Mal sehen, ob er das gegen den Ball auf dem Level kann wie Rechtsbächer und Crueso. Das ist halt ihre Stärken. Wo ihr Chancen ausrechnen könnt, ist auf jeden Fall, wir lassen auch viel zu, ähnlich wie ihr. Wir lassen Chancen zu. Wir sind ein Team, das nach vorne spielen wird. In den ersten 10-15 Minuten überrennen wir in letzter Zeit auch oft die Gegner ein bisschen. Da gehören echt oft die Phasen uns. Das werdet ihr daheim ja auch wollen. Bin ich sehr gespannt, wer da die ersten 10-15 Minuten kriegt. 1-0 wird für beide Teams wichtig sein. Und über den Flügel können sie uns attackieren, weil Iago fehlt und Gummni fehlt. Das ist unser Stamm-Verteidiger. Kann auch gut sein, dass ein junger 17-Jahrzehntner spielt mal. Der hat noch kein Bundesliga-Spiel gemacht. Riesentalent. Der DFB spielt für die DFB U19. Obwohl er 16 ist, 17. Also ein ganz großes Talent. Kann gut sein, dass er auch seine ersten Minuten kriegt, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Oder man spielt halt mit dem Petersen links. Das ist ein guter Verteidiger. Und rechts dann ein Framberger, der bei uns jetzt nicht den besten Ruf genießt mit Ball und so. Also da können sie uns auf jeden Fall wehtun über die Außen. Ja, klingt alles gar nicht so verkehrt. Natürlich kommen wir am Ende auch noch auf eine Prognose, die, glaube ich, schon mal vom Ergebnis her einen Ticken höher ausfallen könnte, weil wir wirklich beide quasi dasselbe haben. Offensiv geht schon was. Waren es auch wir zumindest zuletzt. Auch recht eiskalt da vorne. Ihr vorne auch eiskalt. Eine effektive Mannschaft. Ähnlich wie Union und sowas. Einfach wirklich die auch aus wenig. Wir sind tatsächlich die effektivste Mannschaft der Liga von den Zahlen her. Also wir machen wirklich viel draus. Ja, das ist hart. Die Statistik haben wir, glaube ich, weiß nicht wann wir die jemals hatten. Wahrscheinlich nie in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht. Das war auch ein großes Problem. Und defensiv sind wir beide anfällig. Aber es klingt ja alles schon sehr, sehr gut bei euch in Augsburg. Was ist so ein bisschen, wie ist die Erwartungshaltung dann jetzt? Hofft man dann auch, also jetzt nicht in Richtung international, aber hofft man, dass man eben dann nicht irgendwie dieses Jahr auf 14 beendet, sondern wenigstens mal irgendwie auf 9 oder 10? Also wie euphorisch seid ihr da? Das Ding ist, wir sind halt auch sehr bescheiden. Also man träumt schon langfristig mal wieder auf jeden Fall den Step in die Top 10 mal zu machen. Das muss nicht international sein. Einfach diesen Schritt nach vorne. Du brauchst es auch einfach, um wieder ein besseres Image und alles zu kriegen. Auch Mannschafts mal nach oben. Ich sehe uns ähnlich so ein bisschen auch wie Mainz. Wenn ich jemanden wählen müsste, du auch ein Team, wo du oft sagst, ey, ich könnte auch mal reinrutschen, tun sie halt einfach nicht. Da wollen wir auf jeden Fall das Step machen. Dieses Jahr aufgrund dieser noch so viel Planungsunsicherheit. Wir brauchen auch ein paar neue Spieler, wenn man Ballbesitz besser spielen will. Verletzten, Misere. Ich würde mich auch komplett zufrieden, wenn es erst mal früher zu 40 Punkten reicht. Nicht vielleicht sechs, sieben Spielteil vor Schluss einfach schon mal safe sein. Das würde mal gut machen. Es ist ein bisschen ruhiger einfach alles. So wie die Mannschaft gerade spielt, ist gefühlt jedes Spiel für uns ein Endspiel. Die Fans reißt es komplett mit. Unsere Art auf dem Platz, uns wirklich alles rauszuhauen. Das spüren gerade auch alle. Deswegen sind die oft überrascht, wenn wir kommen, dass wir wirklich darauf immer dagegen halten. Und das nimmt einen eh mit. Wenn wir am Ende jetzt wieder knapp die Klasse halten, bin ich auch d'accord, wenn diese Mannschaft so spielt. Weil wir wissen ganz genau, was die Truppe gerade abfeuert mit den Personalsorgen. Und das kommt auch an. Und wir kommen mit einem enorm großen Selbstverständnis für das, was wir spielen wollen. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Vorteil für uns. Wir wissen, ihr habt einen Trainerwechsel. Klar kann jetzt so ein Trainereffekt passieren, dass ihr jetzt Top-Auftritt habt. Aber wir wissen, wie wir gegen euch spielen werden. Und wir können euch wehtun. Wir können Union wehtun. Wir können Wohum wehtun. Wir können auch Frankfurt wehtun. Das ist gerade unser Selbstverständnis. Wenn wir das Spiel am Ende verlieren, mit dem Kampffußball, ist das für uns auch in Ordnung. Das ist so ein bisschen, dass vielleicht gerade unser Vorteil ist. Ja, ihr habt so ein bisschen das, was wir wollen. Konstanz. Gut, Fans sind meistens stark dabei von Stimmung und so weiter. Aber die musst du halt trotzdem über ein Spiel hinaus auch mitnehmen. Sonst entfasst du da auch kein Feuer so richtig aus dem Spiel hinaus. Das läuft bei euch aktuell. Ihr habt jetzt, auf unser Spiel kommen wir gleich, aber ihr habt noch drei weitere vor der WM. Mal eine kurze kleine Tipprunde. Ihr spielt noch zu Hause Frankfurt, Auswärts Union und zu Hause Bochum. Was glaubst du, wie viele Punkte nehmt ihr aus den drei Spielen mit? Also, es ist schwierig. Ich habe es schon gesagt, Bochum, Stuttgart gehe ich irgendwie davon aus, dass wir eins patzen werden. Das kann jetzt gegen euch sein oder gegen Bochum. Ich unterschätze auch die Bochumer nicht komplett. Die sind noch nicht weg für mich. Ich glaube, da holen wir drei und ich glaube, dass sie Union ärgern können, dass wir da sogar drei Punkte holen werden. Da bin ich ganz selbstbewusst einfach mal, weil die Art, wie Union spielt und wie wir spielen, ist genau das, was sie nicht mögen. Da haben wir eine Chance, was mitzunehmen. Und Frankfurt wird schwierig, aber zu Hause haben wir auch Leipzig versucht und vielleicht einen Punkt. Das wären dann sieben Punkte, wo möglich sind. Kann auch natürlich in einer anderen Konstellation kommen. Alles, dass wir vielleicht euch schlagen und Bochum, dann aber gegen Union verlieren. Das ist halt schwierig, aber so ein bisschen mal so sieben Punkte. Wäre auch welch d'accord. Wäre super. Das wäre sehr stark. Dann steht ja noch 15 Spieltagen auf 21 Punkten. Aktuell trennen uns sechs Stück. Wir haben acht, die hat 14. 15 stecken da ganz tief, ganz tief unten drin. Aber sehe ich auch für nicht unrealistisch an bei euch. Wie gesagt, ihr habt diese Konstanz, auch eben das Selbstverständnis, was über Ergebnisse kommt. Das fehlt uns auch komplett, weil die Jungs, die wissen schon, dass sie kicken können, aber vielleicht wissen sie es nicht so tief sicher in ihrem Selbstbewusstsein, dass sie es können, wenn eben die Ergebnisse einfach nicht kommen. Deswegen haben wir auch diese ständige Hoch und Runter, keine Konstanz reinbekommen. Diese Saison gerade von Ergebnissen und Ertrag halt nicht. Aktuell haben wir es ja so, Schalke sechs Punkte, Bochum sieben, wir acht, Leverkusen neun, dann Hertha und Wolfsburg beide mit elf. Das ist natürlich brutal schwer. Die Winterpause kommt noch, aber bevor wir zu unserer Prognose von unserem Spiel kommen, wen tippst du aktuell runter? Ja, ich sage jetzt auch kurz was zum VfB, also ich finde euch auch am Ball schon einer der besseren Mannschaft der Liga. Und das ist ja das Ironische. Ich glaube, ihr habt echt eine gute Mannschaft und ihr spielt auch echt keinen schlechten Fußball, aber man muss halt wirklich die Ergebnisse holen. Das ist so wichtig, wenn man eher auch unten drinnen steckt. Aber so an sich habe ich schon, finde ich euch auch besser fußballerisch als uns. Das ist halt das Ironische. Aber wir sind halt gegen den Ball diese absolute Monster geworden, Maschinen geworden. Das kann man wirklich so sagen. Und das müsst ihr halt auch, glaube ich, noch besser dann machen. Dann ist für euch auch, also Abstiegskampf normalerweise mit dem Kader auch nicht, normalerweise sehe ich euch da nicht drin. Ihr habt es ja zu Ehrrichtung 12-13 locker. Und Marktwert steht nicht so schlecht da. Aber man muss halt die Punkte einfach holen. Und wie du bei mir schon ähnlich gesagt hast, ich sehe schon Bochum und Schalke. Eigentlich stand jetzt so die zwei Teams, die da wohl den direkten Weg suchen werden. Aber es kann auch noch viel passieren. Sogar Bochum kann noch rausrutschen. Man sieht, die holen jetzt auch ihre Punkte. So schlecht sind die auch nicht. Die haben immer auch ordentlich gekickt. Nur die Ergebnisse haben halt null gepasst bei denen. Also wirklich null, null. Jetzt kommt es langsam. Und nun musst du auch erst mal schlagen. Schalke muss halt Ruhe reinkriegen. Sonst wird das nichts. Das ist ein Pulverfass da unten gerade. Viel Unzufriedenheit. Da ist einfach medial noch mal mehr Druck als bei uns eh drauf. So als bei euch. Das ist nochmal eine ganz andere Wucht, glaube ich, dort im Ruhrgebiet. Und dann hat er für mich auch eine Mannschaft, die besser spielt. Aber auch Probleme hat, Ergebnisse zu holen. Das war auch mit Hach und Krach gegen Schalke. Dieses Last-Minute-Ding. Das sind so für mich die drei, wo ich als erstes nenne. Und dann kommt ihr, wo ich schon nenne. Auch uns nenne ich da immer noch. Man muss bescheiden bleiben. Oder auch aufpassen müssen. Dass man nicht in eine schlechte Spirale kommt. Das kennt ihr selber. Auch Teams wie Köln, Mainz, Bremen dürfen sich nicht zu sicher sein. Normalerweise erwischt sie nicht. Aber Mainz zeigt es auch gar nicht, dass die eigentlich gar nichts mit einem Abstieg zusammen. Aber man kennt es halt. Diese Spirale in der Rückrunde. Irgendwas passiert. Die Schlüsselspieler sind verletzt und du kannst sie nicht kompensieren wie jetzt Augsburg gerade auf komischer Art. Und dann läuft es einfach nicht und dann bist du echt drin. Also ich finde es wirklich schwer. Stand jetzt Bochum, Schalke, Hertha oder Stuttgart Relegation. Ja, das ist glaube ich gar nicht so unrealistisch, weil Leverkusen, Wolfsburg, normalerweise sind die weg von der Qualität her. Da ist es ähnlich wie bei Hertha oder vor allem bei Leverkusen ähnlich wie bei Hertha. Wenn eben das Erspielte keinen Ertrag bringt, deswegen ist bei uns auch Matarazzo geflogen, dann pennst du dich halt ein. Dann holst du keine Punkte, dann kommst du in so eine Spirale rein. Das ist extrem schwierig. Wie gesagt, wir haben noch eine lange WM-Pause vor uns. Das ist alles nicht einfach zu prognostizieren. Jetzt machen wir unser Spiel. Was tippst du vom Spielverlauf her natürlich auch dann ein Ergebnis? Also wie du schon auch gesagt hast, 1-0 wird wichtig sein. Ich gehe davon aus, dass ihr es wollen, also ihr auch uns so ein bisschen überrennen wollt. Am Anfang mit der Stimmung soll ja auch verkauft sein, wie du gesagt hast. Das ist ja auch ein Derby, auch viele Augsburger werden nach Stuttgart reisen, weil die Reise einfach auch schön ist. Also leicht für uns, genauso wie für euch. Ich erwarte schon, dass ihr gewarnt seid. Ihr habt es ja eigentlich gesehen, was wir machen. Vor allem in den ersten Minuten, wir laufen extrem hoch an. Da müsst ihr unbedingt gegen halt, ihr müsst in diesen, wie sagt man, Zweikämpfen, Nicklichkeiten. Es werden gegen uns unfassbar viele Zweikämpfe geführt. Da müsst ihr aufpassen. Die müsst ihr am Anfang auf jeden Fall auch gewinnen. Da ihr eine junge Mannschaft habt, sehe ich hier auch schon eine Chance, dass ihr euch vielleicht schon ein bisschen beeindrucken lasst. Aber Köln hat auch, da haben wir unten im Verteidig gespielt, uns schon den Schneid auch abgekauft. Obwohl wir es auch vorhatten gegen sie. Also Anfangsphase ist wichtig. Anfangsphase ist für euch, glaube ich, ganz selten wichtiger als für uns diesmal. Weil wir das Erbszeitverfahren haben. Normalerweise ist es für Augsburg auch enorm wichtig, ein gutes Spiel zu machen. Wir haben jetzt so ein gewisses Selbstverständnis drin, dass wir auch wissen, wir sind effektiv. Wir brauchen nicht viele Chancen, wir können dann schon nochmal zurückkommen. Ich glaube, dass Anfangsphase für beide wichtig ist, für euch aber wichtiger. Und da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben und gut ins Spiel kommen. Ansonsten, ja, ich glaube, es wird ein enges Spiel. Es wird kein Spiel, wo jemand 2-3-0 gewinnt, wie es manchmal der Fall war jetzt auf beiden Seiten mal. Es wird kein deutliches Spiel. Ich glaube, das ist, weil ihr müsst. Wir können momentan auch. Und ich glaube, das wird ein 2-1 für eine Mannschaft. Soll ich schon einen Tipp abgeben? Ja, gerne, gerne. Dann glaube ich einfach an uns, die Augsburg-Bild 2-1 für uns. Ja. Aber eng wird es. Ja, das finde ich aber einen geilen Satz. Ihr müsst, wir können. Das beschreibt es eigentlich wirklich ziemlich gutes Spiel. Weil, wie du schon gesagt hast, wir müssen. Auch um diese Trainerfrage ein bisschen zu beruhigen. Gut, die ist ja mehr oder weniger geklärt. Wir holen keine erst in der Winterpause, so wurde es gesagt. Aber natürlich würde Ruhe reinkommen. Weil auch mit der Entscheidung nicht viele zufrieden sind. Würde natürlich Ruhe reinkommen, wenn du eben die wichtigen Spiele erstmal gewinnst. Wir müssen. Die Anfangsphase wird wild. Die wird wichtig. Und da habe ich auch schon bei dir gesagt. Wenn ihr so aggressiv gut spielt wie gegen Leipzig. Und wir uns da so, ja, so keine Ahnung, so Schultruppenmäßig aufführen wie in Dortmund. Und dann fresst ihr uns schon mal körperlich auf. Und dann wird das schwierig, so ein bisschen zu markieren, wer hier das Heimspiel hat und wer nicht. Deswegen die Anfangsphase wird sehr, sehr wichtig. Immerhin haben wir es gegen Schalke geschafft, zu Hause direkt 1-0 zu führen. Gegen Bochum auch sind wir in Führung gegangen. Das ist natürlich alles wichtig. Und vom Tipp her, auch ein bisschen basierend auf der Statistik. Wäre das Spiel in Augsburg, wäre ich mir ziemlich sicher, dass wir das verlieren. Die Hoffnung ist darauf, dass wir ein Heimspiel haben. Letzten Heimspiel liefen eigentlich immer ganz gut in Augsburg. Die dicken Klatschen gab es meistens in Augsburg. Heimspiele waren okay. Letztes Jahr gab es so ein wildes 3-2, wo wir auch 2-0 geführt haben, wir uns noch gedreht haben. Da wird es, ja, es wird halt genau der Gratmesser, den wir brauchen. Weil Bochum, Bielefeld, das war nicht unser Gratmesser. Gerade die Bochum-Leistung war ja auch nicht so schlecht, wie das 4-1 am Ende aussieht. Bielefeld da unten auf Platz 18, 2. Liga, ist nicht der Gratmesser. Dortmund aber auch nicht, dass die uns mal schlagen können, wenn es halt läuft. Passiert halt, in der Hülle muss es nicht sein. Die Art und Weise ist immer debattierbar, aber kann mal passieren. Deswegen wird auch so genau der Gratmesser, wird schwierig zu erwarten, was da passiert. Ich habe ein bisschen Furcht, dass das auf den Unschieden rausläuft, weil wir einfach nicht an euch vorbeikommen, um den Sieg zu holen, dass ihr einfach das zu solide runterspielt, weil ihr habt dieses Selbstbewusstsein, dieses Runterspielen, ihr wisst, was ihr könnt so. Ja, solide mit Augsburg ist ein schwieriger Begriff, aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, mentale haben wir. Also, wenn wir auch führen, da stellen wir uns schon arg blöd an, auch zurzeit. Wir tun uns da auch gerne mal einige und dann kriegen wir auch Tore. Also, wir müssen es auch nicht besser machen, als wir sind, aber wir sind halt Mentalitätsspieler und ja. Aber wir haben schon auch unsere deutlichen Schwächen und noch viel zu lernen. Ja, und da hakt es halt bei uns so ein bisschen mental, dieses Up und Down, mal läuft ein Spiel richtig gut, mal läuft ein Spiel wieder überhaupt nicht, auch von der Bereitschaft her, von der Mannschaft her. Bei uns, wie gesagt, wir müssen, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wir haben ja beide schon gemerkt, hinten Probleme bei euch, vor allem wegen personell, Links- und Rechtsverteidiger bei uns, einfach weil wir das Personal zwar haben, aber die halt da hinten immer wieder patzen, sie Dortmund in Räume lassen. Deswegen könnte es so ein bisschen ein wildes Hoch- und Runterspiel werden. Und ich gehe tatsächlich einfach, weil ich es muss und weil ich daran hoffen muss, auch wieder so ein wildes 3-2, wie wir es letzte Saison hatten. Nicht mit dem Spielverlauf, eher so ein 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, sowas. Nicht, dass jemand schon hoch in Führung geht und jemand anderes das Spiel dreht. Das ist, glaube ich, eher weniger. Es wird schon hoch und runter werden. Und ja, ich würde sagen, bedanke mich hier, dass du am Start warst. Ja, super. Also super, hat wieder richtig Spaß gemacht. Liebe Grüße natürlich nochmal an alle Stuttgarter und Augsburg, die hier zugucken auf ein gutes Spiel. Auf ein, wie ich als Augsburg jetzt schon sagen kann, es wird ein umkämpftes Spiel, Zweikampf betont, weil wir das einfach auch wollen. Und das passiert dann, aber vor allem auf fairees Spiel. Ich hoffe, dass das auch jeder sieht, dass wir sehr hart spielen, aber nicht unfair. Wir haben jetzt auch keinen verletzt dieses Jahr oder so, aber es wird Zweikampf betont. Und darauf muss er sich einstellen. Und ansonsten einfach ein fairees Verhältnis auf dem Platz und nehmen den Platz und möge halt der Bessere dann am Ende einfach auch gewinnen. Genau. Dankeschön. Sehr gerne. Es wird ein sehr, sehr heißer Ritt. Bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen. Check natürlich den Dennis gerne ab. Video ist verlinkt, Kanal ist verlinkt. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.